Manchmal ist es schwer vorstellbar, dass alles, was mir in meinem Leben begegnet, wirklich aus meinem Geist kommt, von mir selbst manifestiert worden ist. Das ist manchmal unvorstellbar, gerade dann, wenn jemand in meinem Umfeld den Körper zurücklässt oder wenn es meinem Partner nicht gut geht oder mir selbst nicht gut geht, wenn Dunkelheit mich umhüllt, dann kann ich mir das gar nicht vorstellen. Wieso sollte ich mir das denn selbst erschaffen haben, selbst gemacht haben? Wir haben das, was uns umgibt, gemacht, um es uns anschauen zu dürfen. Es erzeugt einen gewissen Leidensdruck, der uns dazu auffordert, es uns neu anzuschauen. Der Druck, der da ist, der Leidensdruck, der führt dazu, dass wir uns bewegen. Wenn ich auf etwas drauf drücke, dann bewegt es sich. Nur, dass dieser Leidensdruck nicht dazu führen soll, dass wir uns komprimieren, zusammenpressen lassen, sondern es geht eigentlich darum, dass wir uns befreien. Der Leidensdruck hat nur einen Sinn und Zweck. Er soll uns befreien. Er soll uns zur Wahrheit führen. Denn nur Freude, Frieden und innere Ruhe sind Wahrheit. Der Rest ist Illusion. Und damit ich das erkenne, begegnen mir die Illusionen in sehr unschönen Gewändern. Also warum manifestiere ich mir den Tod eines Angehörigen? Warum manifestiere ich mir die Depression? Warum manifestiere ich mir ein körperliches Leid? Warum manifestiere ich die Kündigung meiner Wohnung? Damit ich mich in Bewegung setze. Denn mein wahres Selbst sieht, wo ich eigentlich hin will. Sieht, dass ich noch nicht auf dem Weg bin, den ich jetzt gehen möchte. Mein wahres Selbst sieht, dass ich ein Ja gegeben habe für die Wandlung. Dass ich Ja gesagt habe zu meiner Größe. Und wenn ich Ja gesagt habe zu meiner Größe, dann wird mir ganz sanft und dann immer deutlicher vor Augen geführt, was nicht mehr zu mir gehört. Und das ist schmerzhaft, weil wir uns das Neue nicht vorstellen können. Weil wir uns nicht vorstellen können, dass es ein Morgen gibt, das ohne das Alte existiert und sich viel besser anfühlt. Dass wir eine Form der Befreiung erfahren werden. Nicht zum Beispiel durch den Tod eines Angehörigen, sondern dadurch, dass ich mich mit dem Konzept des Todes und des Sterbens mal auseinandersetze und mir auch meine eigene Endlichkeit bewusst mache, also Endlichkeit im irdischen Sinne. Und mich frage, was möchte ich denn mit diesem irdischen Leben, das ich mir jetzt ausgesucht habe, was möchte ich denn damit noch anfangen? Möchte ich so weitermachen oder möchte ich etwas verändern? Ja, der Tod von anderen Menschen, und es sterben gerade sehr, sehr viele Menschen. Ich habe, glaube ich, gestern allein wieder von drei Menschen gehört, die gestorben sind. Der Tod ist dafür da, um uns zu wecken. Es gibt im Grunde keinen Tod. Aber die Endlichkeit, die wir im Körper erfahren, die ist immer dafür da, dass wir, wenn wir noch nicht erwacht sind, uns damit befassen, was will ich wirklich? Und was lebe ich gerade einfach nur aus einer Gewohnheit heraus? Weil es bequem ist, sich nicht zu entwickeln. Weil es bequem ist, sich nicht auf etwas Neues einzulassen. Der August hat nicht zugelassen, dass wir da stehen bleiben, wo wir bisher gestanden haben. Er hat uns allesamt eingeladen, uns zu fragen, was wir wirklich wollen. Und er hat uns gespiegelt, wo wir noch nicht im Frieden sind. Und der September ist ein Monat, in dem wir nun mit unserer Anbindung Schritte tun können, die in das Neue hineinführen. Und dazu gehört, Altes hinter uns zu lassen. Und dazu gehört der Mut, von dem ich so schön behauptet habe, es gibt ihn nicht. Diese These, dieser Satz, der fiel mir im Seminar einfach so, kam der von oben rein und ich habe ihn gefeiert, weil er vollkommen recht hat. Wenn wir die Wahrheit kennen würden, würden wir keinen Mut mehr brauchen, um unseren Weg zu gehen. Und das war die Aussage, an der sich manche so schön gerieben haben, wo Widerstand entstanden ist. Das ist so schön. Unsere Widerstände zeigen uns immer, wo wir noch an Konzepten festhalten wollen. Natürlich brauchen wir Mut hier auf dieser Ebene, weil wir ja uns die Wahrheit nicht vorstellen können, darüber, wer wir sind, weil wir es ja vergessen haben. Wir brauchen Mut und doch brauchen wir ihn nicht, wenn wir einmal die Wahrheit gesehen haben. Wer seinen neuen Weg, wenn wir den neuen Weg für uns schon sehen könnten, würden wir sofort alles hinschmeißen und sagen, alles klar, ich bin dabei, weg werden wir. Aber weil wir den nächsten Schritt nicht erkennen können und keine Planungssicherheit haben, wollen wir lieber in der Starre bleiben. Wir wollen lieber an einem angeblich sicheren Ort bleiben, uns nicht wegbewegen. Aber das lässt dieses Jahr nicht zu, weil wir anders entschieden haben. Wir selbst, wir wollen jetzt vorangehen. Und ich möchte dir mein Versprechen an dieser Stelle geben, dass für jeden Einzelnen gesorgt ist. Für jeden Einzelnen gibt es einen richtig tollen Masterplan und der wird sich aber nicht so zeigen, wie wir das gerne hätten und wie wir das vielleicht von früher kennen. Oh, ich habe ja mal einen Fünf-Jahres-Plan ausgearbeitet. Ja, so funktioniert das Leben nicht. Das Leben funktioniert jetzt und nicht mit Planungssicherheit. Jetzt. Es gibt keine Planungssicherheit, außer die Planungssicherheit, die Gott uns gibt. Und die ist hundertprozentig. Wer Gott in seiner Verlässlichkeit erfahren hat, der lacht über die Pläne, die wir Menschen machen. Und ich stehe hier für diese Wahrheit und ich stehe für diese Wahrheit ein, das für jeden von uns gesorgt ist. Aber wir müssen uns fragen, will ich Freude, will ich Leichtigkeit, will ich Frieden in mir, will ich Größe und will ich meine Wahrheit annehmen? Und wenn wir dazu bereit sind, dann verspricht der September, dass er uns bei der Hand nimmt und die nächsten Schritte mit uns geht. Aber sich führen zu lassen ist eine Gnade und eine Kunst tatsächlich. Und wenn wir die nicht gelernt haben, dann werden wir das jetzt lernen. Sich führen zu lassen ist die Fähigkeit für die nächsten Jahre. Wer sich führen lassen kann, der wird ins Neue hineintanzen. der wird nämlich nicht mehr aus der Angst heraus Schritte tun, sondern aus dem Vertrauen heraus, aus der Liebe heraus, aus der Ausdehnung heraus. Wer Gott Vertrauen in sich entwickelt hat, wer Vertrauen in seine innere Führung entwickelt hat, der tanzt ab jetzt herum. Und wenn du noch nicht tanzt, dann nur weil es dir an Vertrauen fehlt. und ich versuche hier mit diesem Kanal jeden Tag aufs Neue dir Vertrauen zu geben und dir zu sagen, ich bin diesen Weg gegangen und ich würde jetzt heute wieder alles hergeben. Ich würde jetzt gleich wieder sterben, weil ich weiß, dass dahinter immer nur etwas Gutes wartet. Es wartet die Befreiung auf dich und du musst nicht viel tun. Eigentlich nur loslassen. Nur loslassen. Halte dich an der Wahrheit in dir fest und nicht an dem, was du im Außen siehst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ganz viel Vertrauen. Tschüss!